Es ist nicht so viel, aber hier, für den Mann. Oh, danke, Lee. Er hat es geprägt. Das ist süß, Lee. Der Kleine braucht auch was zu essen. Die Eiskarte. Oh, Freunde, ist das schwierig. Es ist so schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich meine, der Alte wollte das Kind umbringen. Es ist schwer, man fühlt sich irgendwie... Ich weiß nicht. Schuldig. Ich fühle mich schuldig, um genau zu sein. Ich hoffe, ihr nicht auch. Natürlich nicht. Ich treffe ja hier die Entscheidungen mehr oder weniger. Aber ich hoffe trotzdem, dass es... ...dass es euch so gefällt, wie ich die Entscheidungen hier treffe. Sehr ehrlich. Sehr ehrlich und... Ja. Ich passe eben auf die Kids auf. Okay. Die wollen wir nicht öffnen. Das steht fest. Oh! Erste-Hilfe-Kasten. Gut. Luckily, there's nothing I need in here. Oh, ja. Schade. Somewhere here. Was war das? What's that? Die kleine Clementine-Freunde. Die kleine Clementine-Freunde. We gotta clear this door for when we find the keys. Okay. Dann mach das. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Ja. Here we go. Watch your fingers in the drawers. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay. Here we go. Sie hilft gut mit. Die kleine Clementine. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? I hope not. It's just complicated. That's all. Why? It just is. But you love them, right? Not today. Of course. Look, my family's gone, and I just wish things would have been different. Yeah. I got into some trouble, and I didn't talk to them for a while. This used to be their store. But let's just keep that between you and me, okay? Okay. Because of the trouble? Yeah, that's right. Now, let's get this done. Ah, Freunde. Ow! Ouch. Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. Okay. I'll find you a bandage. I'll find you a bandage. I'll find you a bandage. Ähm, müssen wir das vielleicht erst desinfizieren, Freunde? Ähm, ich würde gerne mal nochmal zurück, rechte Maustür. Vielleicht gibt es irgendwo desinfektionsmittel. Okay. Okay. Okay, Lee. Ja? Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen und ich nicht da bin? Die, äh, uns beobachten. Nichts. Ja, okay. Okay. But we should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? Tja, es gibt wohl kein Desinfektionsmittel, dann muss das Pflaster reichen. Okay. Let's have a look at that finger. How? It hurt. Ja, genau drauf. Let's see if we can do something about it. Okay. Also. Let's get this cut covered up. Yes, please. Super. Die arme Kleine macht so viel durch. Oh, gosh. Everyone out there seem all right to you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah. We'll keep an eye on him. There was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. How's your fix? It's okay. Thanks for fixing it. Have you heard from Glenn? Not in a little while. Okay. I'm gonna keep looking around. Okay. Yeah, machen wir da erstmal den Fernseher an. Auch wenn ich nicht glaub, dass da was läuft. That's what I figured. Yep. Okay, vielleicht hilft uns das Ding ja doch irgendwann noch weiter. Okay. Mitnehmen möchte ich das offensichtlich auch nicht. My parents came in here hoping to survive. But it looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero maybe. Or a protector at least. Yeah. Nimm doch das Foto mit, Lee. Sein Bruder war offensichtlich sowas wie Altenpfleger, Krankenschwester. Lee! Find anything? Ah. Damit die anderen nicht wissen. Just a picture of whoever was here. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Hmph. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? No. I've been sticking to first names for a reason. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of. Yeah. Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Thanks. Don't worry about it. Huh. Er hat jemanden umgebracht, Freunde. Ein Senator, der mit seiner Frau geschlafen hat. Harter Tobak. Tür zur Apotheke. Perfekt. Da wollten wir hin. Okay. Wir brauchen also die Schlüssel. Schau doch hier nochmal. Okay. Wir brauchen also die Schlüssel. Schau doch hier nochmal. Das wollte er sicher, Lee. Das wollen doch alle Väter. Ihre Familie verteidigen. Hm. Der Schlüssel muss woanders sein. Mist. Do you think Other人? Do you think Lee? Yeah? You're not... Bad. Right? I-uh... Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Oh je, aber gut, besser erfährt sie es jetzt in Ruhe als irgendwann auf der Flucht zwischen Tür und Angel. Freunde, wo kann nur dieser Schlüssel sein? Haben wir die Batterien schon? Okay, wir haben nur eine. Ja. Ja, ich habe eine Chance für die Gruppe bekommen. Und ein paar die Romanen haben mich überrascht. Ich stehe hier, aber sie werden nicht weg. Was ist denn? Ja, ich bin. Gut. Das klingt nicht zu schlecht da jetzt. Lass mich wissen, wie schnell du raus willst. Ich könnte eine Flucht benutzen. Oh, 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 Freunde. Hat er Tobak. Wir brauchen zuerst den Schlüssel. Wir müssen dem Typen helfen. Ich mag ihn zwar nicht, aber wir müssen ihm trotzdem helfen. Zivilcourage oder so in der Art. Was haben wir hier? Bilder, Bilder. Ah, noch eine Batterie. Da ist die zweite. Sehr schön. Oh, Freunde. Loskarten. Nein, ich bin entschuldigt, dass dein Freund von den lebenden Garten gegessen wurde. Okay, die haben wir uns angeschaut. Hey, meine Liebe. Für dich. Und hier ist eine andere. Du solltest es jetzt arbeiten können. Okay, dann schauen wir uns noch mal an, was da ist. Die Antenne ausklappen vielleicht. Und dem anderen Zeug können wir nicht drehen. Sind die Batterien drin? Ja. Ah, Moment. Wir können an die Batterien auch herangrapschen. Ah, die waren falsch rum. Die Dame kennt sich nicht so gut aus, wa? Okay. Erstmal ohne Sound. Wir müssen aus der Erde kommen. Steve. W-A-B-E wünscht euch und dein Lieblings. Gott sei Dank euch allen. Das hat sich ja gelohnt. Oh, weiher Freunde. Carly. Sie braucht auch was zu essen, wenn sie mitkommen soll. Hier. Ich bin gut mit etwas Essen zu essen. Oh, uh, danke. Du bist willkommen. Bist du sicher, dass deine Frau es nicht braucht? Sie ist gut. Ich bin gut mit ihr. Ich versuche, dass sie zu essen und zu verhören. Du bist ein guter Begeber. Danke. So, jetzt schauen wir da noch mal raus, Freunde. Und dann gehen wir wieder raus. Gut. Willst du nachher schauen? Ja. Wir schauen uns nachher. Okay. Jesus. Mhm. Oh my god. I think I'm going to be sick. They just... Eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you... They eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Hmm. Yeah, I think so, too. We better keep it down out of here. He had a stint. Die Fernbedienung. Roboter, Freunde. Oh man, wie geht's hier weiter? Oder geht's hier überhaupt weiter? Electronic Warehouse. Fernsehladen. Tschüss. Der hat ein Eisbär auf dem T-Shirt. Aber die machen keinen Lärm. Darum interessiert das die Zombies nicht. Oh, doch. No, was bringt uns das, Freunde? Wir müssen vielleicht Lärm machen, dass... ...wir die quasi von diesem Motel innen weglocken. Was? Was? Gefangene Walker? Huh? Look at the one trapped over there. Better him than us, huh? Be Everett. Oh, shit. What? Do you know that guy? He could be a drugstore employee. So you're saying he might have the pharmacy keys? Mhm. I'm saying he might have the pharmacy keys. I don't know. Okay, da müssen wir sie deswegen ablenken. They start rotting and get all cheat up and... Shut up, Doug. Okay, das ist ein Bruder. Äh, ein Foto. Foto? Können wir das ihm nicht zeigen? Ziegelstein. Komm schon in den Ziegelstein. Äh. Hallo? Ich würde gern, dass der den Ziegelstein mir gibt. Lies Bruder. Ja, da stand's grad. Okay. Mhm. Die Fernseher waren schon mal gut. Kommst du an den Stein? Ja, aber er doch. Oh, Menno. So kommt er nicht an den Ziegelstein. Hä? Okay. Nee, ich möchte doch... Ja, aber wie denn nur? Ja. Mach mal. Okay, so wir kommen da wohl offensichtlich nicht hin. Let's head back inside. Okay. 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 Ähm. Okay. Vielen Dank.